und damit ein herzliches hallo hier sebastian von defma models und ja willkommen zum offiziellen baubericht des amati modellismo orient express schlafwagen baubericht nummer 2 und ja in dem ersten schritt des heutigen videos werden wir natürlich erstmal den unterboden schwarz lackieren ich nehme dafür gewohntermaßen farbe aus der sprühdose doch vorher tun wir nach oben alles abkleben dass der ganze sprühnebel oben nichts hinterlässt und ja dann werden wir uns im anschluss einen drillbohrer nehmen und an den stirnseiten die löcher nachbohren weil wir da später dann noch teile durchstecken müssen und damit das ganze besser passt tun wir da noch die löcher von den blenden nacharbeiten im bauabschnitt 34 folgend werden wir jetzt die nächsten metallteile zusammenkleben und dafür benötigen wir als allererstes die teile 601 602 und 603 werden die zusammen mit sekundenkleber zusammenkleben dann von teile 601 noch die löcher etwas nachbohren ich habe dafür einen 1mm bohrer genommen und weil genau in der mitte dieser löcher immer noch farbreste sind und damit später die die messingstifte durchpassen die in bauabschnitt 35 gefertigt werden wenn man da einfach mit der mit dem akkuschrauber oder mit dem handbohrer einfach die löcher etwas erweitern als nächsten schritt werden wir in vorbereitung dieser plattfeder konstruktion vier messingstreifen die so aussehen so ein bisschen wie knochen die werden wir vorbereiten das sind die teile 208 erstmal schwarz lackieren und nachher werden wir die eben angesprochenen messingbolzen dann durch das teil 601 einführen dort erstmal passprobe machen ob die teile gut passen dann legt ihr euch diese eingefärbten messingstreifen hinzu und wenn das wirklich passt dann klebt ihr die teile zusammen im anschluss wird dann mit schritt 38 39 die eben gefertigte plattfeder dann in den head a also kopf a in diese aussparung eingesetzt und die losen enden der metallplatten wo ihr keine stifter eingesetzt habt die müssen dann bei der holzplatte das ist das teil 001 also die unterseite quasi müssen die teile da in diese runden aussparung natürlich super reinpassen in der nachfolgenden baugruppe bild 41 werden wir uns um eins der wichtigsten elemente für so einen zug kümmern und zwar um die pufferelemente die pufferelemente bestehen aus den teilen 604 davon sind zwei stück 605 ist ein teil dann gibt es so einen haken die nummer 608 und jeweils zwei teile 606 und 607 bei den zuletzt genannten teilen müsst ihr aufpassen da in den beuteln sind immer zwei gleiche elemente drin also es sind zwei beutel und dann müsst ihr immer aus dem anderen beutel noch eins dieser pufferelemente hinzufügen wir werden also in die am anfang mit dem bohrer mit dem handbohrer ausgefressten löcher vom kopf a wenn wir jetzt erstmal die puffer probeweise einführen ob sie sich gut einfügen lassen und wenn das alles der fall ist dann stecken wir diesen haken mit dem element 605 in der mitte rein und da ist so ein kleiner stift am ende der muss natürlich an der plattfeder in dieses mittlere segment von teil 601 natürlich super reinpassen und selbiges gilt natürlich auch für die zwei puffer die haben ebenfalls zwei stifte am ende die dann auf den breitelementen der plattfeder ebenfalls in die vorhergesehenen bohrlöcher reinpassen müssen mit bauabschnitt 44 folgend wenn wir ein paar kleinere teile basteln nämlich wenn wir erstmal aus der fotografierten platte die nummer 14 69 zwei ösen mit der teile nummer 209 und zwei haken mit der nummer 210 ausschneiden und zusätzlich von der messingkette die messingkette ist in meinem fall eine kupferkette also da müsst ihr gucken ob ihr messing oder kupfer dabei habt aber es ist eigentlich nur eine kette vorhanden und genau die müsst ihr nehmen da werdet ihr die enden jeweils aufbiegen ich habe dafür ein bisschen getrickschustert und zwar habe ich mir zwei zangen genommen da sie sich nicht so wirklich mit biegen öffnen lassen deswegen habe ich zwei zangen genommen habt ihr ein bisschen hin und her bewegt und quasi die bruchstelle etwas oder die die zusammengeschweißte stelle etwas aufgebrochen und dann ging das eigentlich relativ einfach ja wir werden also an dem einen ende die haken einfügen und an dem anderen ende die ösen die nachfolgenden schritte werden dann sein dass wir mit schritt 46 dann ein weiteres element zusammenbauen welches aus einer mutter einer langen schraube mehreren etzteilen einem bolzen befinden besteht die wenn wir dann gemäß der abbildung zusammenfügen die sechskant mutter werden wir uns zu einer kleinen scheibe rund schleifen und die teile 212 das sind diese kleinen wirklich fitzligen kleinen viereckigen teile die rechts und links auf die mutter aufgeführt werden von der bevor noch den kopf abschneiden die habe ich mit oder im schraubstock gemacht ja und habe da mit einem 2 mm bohrer die löcher vorsichtig aufgebohrt damit sie da besser drauf passen ja dann fügen wir das ganze zusammen bis wir dann das ergebnis in schritt 48 haben und so den spanner fertig gestellt haben mit schritt 49 folgend werden wir uns jetzt um die nächsten abdeckplatten kümmern und zwar sind das wieder die teile 206 jeweils zwei stück einmal für kopf a und kopf b und die teile werden wir auch mit den vorher gesehen oder mit den vorher gefertigten teilen erstmal wieder schwarz lackieren ich habe sie mir wie gesagt alles wieder schön auf den draht aufgehangen und mit schwarzer sprüh farbe in schwarz matt lackiert danach werden die wie in der zeichnung beziehungsweise fotoanleitung zu sehen werden die vorher gefertigten elementen als erstes in den kopf eingefügt die ketten jeweils rechts und links mittig neben den haken setzen und den spanner der wird an den haken selbst mit einem bolzen befestigt den bolzen den klebt ihr so fest dass er am spanner fest ist aber nicht an dem haken weil dieser soll sich ja später noch bewegen lassen wenn das alles passiert ist dann schnappt ihr euch die abdeckplatte und fügt die ebenfalls wieder erstmal probeweise in die gefertigte konstruktion siehe bild 53 und wenn das alles passt dann tut man die da natürlich auch verkleben mit schritt 56 folgend werden wir nun zur montage der batteriekästen kommen die im nachgang auf der unterseite des rahmens angeklebt werden müssen wir werden also erstmal die beiden fotogravierten etzteile mit der nummer 214 und 215 aus der platte 1505 herausnehmen dann natürlich ein bisschen eng geraten dass die kleinen bibbos da am rand nicht mehr da sind gemäß der bauanleitung werden wir an den falzlinien das ganze zusammen knicken dass das halt dann am ende dann so ja wie so kleine beistelltische sind wo so füße halt oben lang gucken davon haben wir am ende zwei gleich lange und ein kürzeres element diese werden dann am ende die langen beine etwas abgeknickt dass diese kleine füßchen bekommen mit den füßchen müsst ihr mal schauen bei mir ging es mit der maßeingabe der bauanleitung nicht ganz auf da wird für die großen kästen eine gesamthöhe von 23 mm angegeben an der man dann die füße knicken soll sprich also die füße sollen 2 mm spiel haben das hat noch funktioniert weil die konstruktion genau 25 mm hoch ist aber für den kasten 215 funktioniert das ganze nicht da werden nämlich laut bauanleitung die füße ganz knapp unterhalb des kastens umgebogen und da passt die gesamtlänge von 24 mm nicht da das ganze konstrukt jetzt 25 mm hoch ist ich habe sie dann einfach nach augenmaß gleichmäßig etwas knapp über der konstruktion umgebogen dass sie vom optischen her einigermaßen an die abbildung passt als nächstes brauchen wir dann für den luft tank bestimmte teile und zwar einmal im bauabschnitt 63 genannt aus der platte 1505 und 1507 die angegebenen teile heraus trennen dann werden wir diese große platte mit einem zylindrischen körper von etwa durchmesser 18 mm an der langen seite des stücks formen dass der so halt wie ein zylinder rund wird dann entsprechend am ende des zylinders werden wir die jeweils rechts und links so diese runden scheiben aufsetzen dass der tank quasi geschlossen ist das alles halt mit sekundenkleber verkleben und als abschluss dessen wird die teile 218 die tun wir uns ein bisschen zurecht biegen und anschließend mit kleinen bolzen in die vorgefertigten löcher einsetzen dass auch der luft tank wieso beine bekommt die wir dann anschließend auch mit einer gesamthöhe von 24 mm ich habe auch dieses teil wieder nach augenmaß gemacht dann so kleine füßchen umknicken im anschluss werden dann die vier gefertigten teile also sprich die drei batteriekästen und der luft der luft tank dann wieder schwarz lackiert ich habe auch in dem fall wieder sprüh farbe genommen aus der dose wenn das ganze dann abgetrocknet ist werden die teile entsprechend der anleitung an die vorhergesehenen positionen der unterseite vom zug erstmal zurecht gelegt ich habe mir dann anschließend mit einem adding kleine marker gesetzt wo ich von der unterkonstruktion etwas holz wegschleifen musste damit die bänke quasi oder die kästen richtig in die vertiefung rein passen zu guter letzt dann noch die schleifstellen nochmal etwas mit schwarzer farbe nachstreichen dass man dann nachher nichts mehr sieht und damit sind wir am ende von bauphase zwei des offiziellen bauberichts in deutscher fassung für den schlafwagen von morit express der firma amati modelismo ich freue mich wenn ihr zur nächsten folge bauschnitt drei wieder dabei seid und wünsche euch noch einen schönen restlichen tag macht es bis dahin gut tschau euer sebastian von defma models tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020